Freunde der Technik, ich habe hier etwas ganz, ganz Tolles und ich glaube, die Dame stellt sich einfach mal selbst vor. Okay, Google, wer bist du? Ich bin dein Google Assistant. Wie kann ich dir helfen? Ah, ja, also, das ist hier tatsächlich Google Home, darin steckt der Assistant. Die Dame war jetzt ein bisschen forsch und was Google Home kann, kommt ja jetzt am 8. August für 149 Euro nach Deutschland, das zeigen wir euch. Das Gute ist nämlich, wir haben bei uns in meinem Keller gekrampt und haben das US-Modell noch gefunden und zufälligerweise gibt es seit ganz kurzer Zeit jetzt auch die deutsche Sprachdatei für den US-Google Home. Und das schauen wir uns jetzt näher an, was Google Home in Deutschland alles so zu leisten imstande ist. Und das ist Google Home. Eigentlich stinknormaler kleiner Kasten, so wie wir es auch von Amazons Echo-Lautsprechern kennen. Allerdings ist, wenn man das mal mit dem Echo-Lautsprecher, der ja nun mal deutlich höher ist, wenn man nicht gerade den Dot nimmt, doch relativ schmal, hat auch ein schickes Design. Also das hier kann man sich tatsächlich auch mal ins Wohnzimmer irgendwo stellen. Ja, sehr dezent, klein, weiß, unauffällig. Hier unten gibt es diese Cover, die lassen sich auch noch austauschen in verschiedenen Farben, dementsprechend an die Wohnzimmereinrichtungen ja anpassen. Dann haben wir hier hinten natürlich auch den dezenten Hinweis, dass es ein Google-Produkt ist. Gut, das darf natürlich nicht fehlen. Und wir haben hier den... Stummschallknopf, aber wir wollen ja mit ihr reden, deswegen mache ich jetzt mal wieder an. Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet. Genau. Das dürfte für viele Leute hier tatsächlich bei Google Home, auch bei der deutschen Variante, die wir dann in den nächsten Tagen hoffentlich auch irgendwann bekommen, pünktlich zum Deutschlandstart am 8. August hoffentlich, ja auf jeden Fall ein ganz entscheidendes Kriterium sein, weil Datenschutz wird ja bei allen smarten Lautsprechern und Sprachassistenten eigentlich nicht so groß geschrieben. Ihr merkt das nämlich schon. Egal, was ich sage, okay Google, was steht heute an? Guten Morgen, Robert. Das geht alles schnell. Ein Blick auf deinen Tag. Ich mache es mal ganz kurz leiser. Ich kann nämlich hier oben, seht ihr das schon, leiser machen. Hamburg ist es gerade 20 Grad und gut. Lauter und leiser. Ich kann natürlich auch per Zuruf machen, also indem ich sage einfach, leiser oder lauter. Und das hier übrigens sind die Lichter. Die geben Google Home so ein bisschen ein Gesicht. Finde ich ganz cool, diese LEDs, die sich ja verändern und auch in diesen Google Farben natürlich sind. Ihr merkt aber auch schon anhand der Frage, die ich gerade gestellt habe, dass das wie aus der Pistole geschossen kommt. Die gute braucht gar nicht lange zum Überlegen. Nein, die haut einfach alles an Informationen, was ich wissen möchte, raus. Und das ist natürlich auf der einen Seite gut, weil ich immer auf jede Frage schnell hoffentlich eine gute Antwort bekomme. Allerdings hört sie halt auch immer mit. Nur ein paar Sekunden, sagt Google und erst wenn ich aktiv meine Anfrage rausschicke, geht das auch an die Server. Bedenklich ist das natürlich trotzdem. Aber ganz ehrlich, wer im Google-Kosmos und davon profitiert das Ding ungemein. Amazons Alexa, beziehungsweise Amazons Echo-Lautsprecher mit Alexa innen drin, setzt ihr auf Amazon und verschiedene andere Dienste. Hier habt ihr natürlich einfach die geballte Google-Power drin. Das heißt YouTube, ihr habt euren Google-Suchverlauf drin, Google Maps könnt ihr nutzen, Google Play Music. Das ist darauf zugeschnitten und dafür eigentlich der perfekte Einsatzzweck. Allerdings muss man auch ehrlich sagen, wer bei Google ist, der hat mit dem Datenschutz eh so ein bisschen abgeschlossen. Ja, kommen wir mal ganz kurz noch neben der Optik einfach zum technischen Innenleben. Hier sind zwei Lautsprecher drin, wohlgemerkt zwei. Nicht sieben wie bei Amazons Echo-Lautsprecher, reicht aber vollkommen. Weil ich kann euch gleich mal ein Beispiel zeigen und sage einfach mal, okay Google, spiele ein Lied von Elvis Presley. Ich habe nach einem Lied Elvis Presley gesucht. Es ist entweder nicht verfügbar oder kann momentan nicht wiedergegeben werden. Okay Google, stopp. So, ihr merkt also schon, sie redet, aber trotzdem kann ich meine Befehle machen. Und das geht auch in Musikfragen unproblematisch. Die Lautsprecher sind so gut, das ist ein Fernlautsprecher, sind so gut abgestimmt auf meine Stimme dann oder auf die Stimme von anderen Leuten, dass tatsächlich da Gutes ankommt und man sieben Lautsprecher wie bei Amazons Echo-Lautsprecher gar nicht braucht. Ansonsten ist die gute lernfähig. Was zu Elvis, komm gleich nochmal. Sie sagt nämlich immer wieder, wenn sie auf eine Frage keine Antwort hat, sagt sie zum Beispiel immer, okay Google, spiele ein Lied von Elvis Presley. Mal gucken, ob das jetzt kommt. Okay, sie sagt jetzt normalerweise noch in bestimmten Fällen, das weiß ich leider nicht, aber ich lerne stetig dazu. Das sagt Google und das ist auch die eigentliche Stärke vom Google Assistant, der ja da drin steckt, wo wir gemerkt haben. Also das ist diese weibliche Stimme, dass er immer weiter dazu lernt und dementsprechend werden die Skills nach und nach auch noch erweitert. Das Gute ist tatsächlich, ihr hört ja jetzt gerade die Sprachausgabe, hier drin haben wir neben den zwei Lautsprechern noch übrigens 256 MB Arbeitsspeicher. Eigentlich aber witzig in der heutigen Zeit, wo selbst Smartphones 4 GB und mehr haben. Dazu haben wir einen Dual Core Prozessor, also zwei Prozessorkerne drin. Alles relativ einfach, aber das Wichtigste ist natürlich die gute, die da drin steckt. Und die kann nicht nur lernfähig sein, nein, die kann auch gute Kontextfragen klären und hat auch eine verständliche Sprache. Ich check euch das jetzt einfach mal, checkt das mal mit euch zusammen. Und zwar fragen wir jetzt mal, okay Google, wer ist Angela Merkel? Wikipedia sagt Angela Dorothea Merkel ist eine deutsche Politikerin und seit dem 22. November 2005 amtierende Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Okay, Google. Und wie alt ist sie? Sie ist 63 Jahre alt. Okay, Google. Und wo wohnt sie? Berlin, Templin und Hamburg. Okay, Google. Und wie heißt ihr Mann? Joachim Sauer. Muss ich ehrlich sagen, klar, das Doofe ist natürlich, ich muss immer dieses Schlagwort, okay Google, nur dann hört sie leider raushauen. Aber sie versteht Kontextfragen. Normalerweise müsste ich jetzt immer wieder fragen, wie alt ist Angela Merkel, wer ist der Mann von Angela Merkel? Nein, sie weiß ganz genau, wir haben beide gerade über Angela Merkel geredet. Nein, das verstehe ich nicht. Ja, ist okay. Wir beide haben gerade über Angela Merkel geredet und sie merkt sich, dass wir auch über Angela Merkel geredet haben. Finde ich echt stark, also der Kontext funktioniert super, besser auch noch teilweise als bei Amazons Alexa-Sprachausgabe. Ja, und was kann man zu ihren Aufgaben sagen? Ich zeige euch gleich noch ein paar Sprüche, die wir einfach ihr beigebracht haben und die sie auch teilweise einfach am Werk kann, ein paar Einsatzgebiete. Aber das Wichtigste davon ist, dass man einfach sein Smart Home damit steuern kann. Da wirbt Google auch ganz offensiv mit. Man kann damit natürlich sein UE-Lichtsystem von Philips steuern. Man kann aber auch Thermostate steuern, man kann Rollläden runterfahren lassen. Gibt es verschiedene Anbieter in den USA, das ist alles noch ein bisschen anders als in Deutschland, gibt es mehr Anbieter. Kommt aber nach und nach auch hierzulande raus und das ist auf jeden Fall eine der interessantesten Dinge. Ansonsten sind die Funktionen noch relativ ähnlich zu Amazons Alexa, auch im Deutschen. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, schießen wir mal los und fragen mal so ein paar Fragen. Zum Beispiel, okay Google, ist es windig heute draußen? Heute wird in Hamburg Wind mit 32 Kilometern pro Stunde aus westlicher Richtung erwartet. Na gut, Hamburg halt leider. Schade, aber ein bisschen Wind schadet nie. Das sind wir hier Nordlichter gewohnt. Aber die Frage ist natürlich, okay Google, regnet es heute noch? Das Wetter heute in Hamburg. Es wird nicht regnen. Es wird bewölkt bei 21 Grad. Sehr gut, das passt perfekt. Die Frage ist nur, okay Google, wann regnet es denn? Es ist nicht regnerisch. Im Moment ist es 20 Grad in Hamburg und größtenteils bewölkt. Gut, das war nicht meine Frage. Ihr merkt schon. Natürlich ist es immer noch so, dass sie zwar smart ist, aber doch eher die Schlagwörter von mir erkennt. Und dementsprechend sich aus dem Konstrukt, was dort drin steckt, einfach bedient und irgendwie das naheliegendste beantwortet. Also wirkliche Gesprächsflüsse entstehen leider nicht. Aber ganz coole Funktionen sind zum Beispiel natürlich, dass sie auf Google Maps zugreifen kann. Und da frage ich das zum Beispiel, okay Google, gibt es einen Stau auf dem Weg nach Hause heute? Da auf der Route von deinem Standort nach Hause mäßiger Verkehr herrscht, benötigst du etwa 35 Minuten. Gut, wenn es mal dicht ist, brauche ich auch mal fast eine Stunde. Ganz kurz, was ich wirklich bedenklich finde. Ihr seht, okay Google, spiele ein Lied von Elvis. Ich habe nach einem Lied Elvis gesucht. Es ist entweder nicht verfügbar oder kann momentan nicht wiedergegeben werden. Kennt sie Elvis nicht, frage ich mich da? Doch, passt nämlich auf. Okay Google, spiele mir ein Lied von Elvis. Elvis Presley wird von Spotify abgespielt. Gut, die GEMA, ganz schwieriges Thema. Oh, das hat sich hier reimt, cool. Nein, letztendlich muss man wirklich sagen, mir, ich muss, das entscheidende Wort, ich habe den gleichen Befehl zweimal gesagt, aber nur durch das mir konnte sie auf einmal einen Befehl ausführen. Da fehlt auf jeden Fall noch so ein bisschen Feinjustierung. Das ging im Englischen deutlich besser und das kann auch Alexa von Amazon schon deutlich besser. Was bleibt zu Google Home in der deutschen Sprachvariante zu sagen? Ganz klar, noch ausbaufähig. Es ist ein guter Start. Am 8. könnt ihr, wie gesagt, euch das Gerät kaufen für 150 Euro. Technisch soweit solide. Sieht schick aus. Ja, es gibt jetzt keine High-End-Technik drin. Weder was die Prozessorenleistung betrifft, noch den Arbeitsspeicher, noch den Klang. Aber es ist solide alles und das Wichtigste ist tatsächlich einfach nur mal die Stimme dort drin. Die klingt zumindest gut, die versteht Kontextfragen gut, aber leider muss ich doch immer wieder auf meine Betonung achten und ich muss immer wieder darauf achten, dass ich die Schlüsselwörter genau falle. In dem Fall zum Beispiel bei dem Beat, habt ihr ja gerade gemerkt, mir. Finde ich alles noch ein bisschen ausbesserungsfähig, aber Google ist auf jeden Fall ja dran. Das wissen wir und wir werden das Gerät jetzt ausführlich testen. Die US-Version mit dem deutschen Sprachpfeil drauf und dann einfach gucken, was das Gerät eigentlich kann und ob es wirklich unser Zuhause revolutioniert. Bis dahin. Tschüss. K K K K K